Hallo, wir sind hier bei Blackstore auf der CeBIT und diese nutzen die Messe, um die neue SSD vorzustellen. Und zwar handelt es sich dabei um die M6S. Und Martin von Blackstore wird uns jetzt die wichtigsten Daten zu der SSD mitteilen. Danke, Reinhard. Ich mache das in Englisch. Wir werden dieses M6S in April launchen. Und es wird der successor zu der M5S-Serie, weil von Blackstore wir den Markt in zwei Bereichen haben. Wir haben ein Mainstream-Modell und ein Performance-Modell. Der Performance-Modell wird immer noch der M5 Pro für ein paar Jahre. Aber in order zu bleiben, was die M5S-Serie offert und braucht in der Markt, wir werden ein mehr Kompetentiv-Produkt mit hohen Performance-Modell, mit guten Kapazitäten für ein guter Preis. Und was wir am Moment zeigen, ist die Demonstration von diesem DRIVE in eine RAID-ZERO-Konfiguration. Wir haben hier ein paar Benchmarks gemacht. Das ist ein Crystal-Disk-Benchmark. Und Sie können sehen, dass die RAID-ZERO-Konfiguration sehr hohen Performance-Modell ist, in der Reit- und Reit-Sequenzial. Von Blackstore, wir arbeiten immer mit den gleichen Komponenten, um ein High-Quality- und Stable-Quality-Level. Denn das ist das, was wir die meisten von unseren Branden wollen, ist, dass wir ein Reliable Branden sind. Wir benutzen einen Kontrollen von Marvell, das wird ein neues Kontrollen sein. Und wir benutzen die NAND-Flash-Technologie von Toshiba, das ist der A19-Flash. Das kommt mit einem Kustomis-Firmware, entwickelt von Flash-Titel-Team. Das hat einen Algorithmus genannt, die mit TrueSpeed genannt werden, und mit TrueSpeed können wir die Leistung der Leistung der Leistung, und auch während der Leistung der Leistung der Leistung der Leistung. Also, nicht egal, wie viel Daten man auf dem SSD verwendet, die Leistung bleibt, weil wir ein sehr klar und sophisticatedes Gericht-Kollektion-Methoden haben, das ist besser als die Trim-Command, die man kann. So, you already told us, this will be the mainstream drive. With the M6E, the new M6 Series will have three drives, and when can we expect the M6 Pro? Will there also such a drive? Well, the M6 Pro will come probably around Computex time frame, so, because we would like to make a good product, which has something new to offer, and we still think that the M5 Pro in terms of performance, and for the segment in the market that we address, it's still a valid drive for a couple of months. So, that one will take a little bit longer to develop. to develop. Fabio, I'm looking forward to see this. Thank you. Yeah, you're welcome. So, that's why I'm looking forward to seeing this. I won't be a big one. I won't be a big one. I don't think that I can keep up. I don't think that's the real thing. So, I don't think that's the reality. I'm looking forward to seeing it. Vielen Dank.